Tag hier, ihr Lieben. Hello, ihr Zuckermäuse. Ich und Randa, wer plaudert immer, bevor es losgeht, schon so ein bisschen, weil wir einfach immer so viel zu labern haben. Und jetzt gerade sagt sie mir wirklich vor 30 Sekunden, ich muss dir was erzählen. So, halt dich fest. Ich sag, warte, ich schalte den Podcast an, jetzt kannst du es mir einfach erzählen. Vor allen Leuten, wir hoffen, es sind keine Verunkel am Hintern. Nein. Nein. Was ist es? Ich bin ganz aufgeregt. Du hast dir das so lange gewünscht und es ist so krass. Du ziehst das halt auf? Nein, warte. Du hast es dir manifestiert. Und zwar... Wir können essen, was wir wollen, ohne fett zu werden? Fast. Du bist beim Bayram dabei. Wie das? Beim Eat. Das ist schon wieder beim Flohmarkt. Das ist am 10. April, Schatz. Ich flippe aus. Meine Mutter rief mich gerade an und meinte, Randa, Schatz, 10. April. Schatz. Ja. Endlich. Ja. Schatz, an wie vielen komme ich? Am 9. Nein, du kommst am 10. Oh nein, Schatz, ich komme doch... Da muss ich früher kommen. Wie viel Uhr geht es los mit der Feier? Nein, das machen wir erst ein bisschen später. Wir warten auf dich. So wie es dir passt. Ich komme einfach mittags, dann bin ich so um 17 Uhr da. Passt das? Perfekt. Ich bin so aufgeregt. Aber wer holt mich denn dann ab, wenn ihr alle am Feier seid? Ich hole dich ab. Ich hole dich ab und wir fahren direkt weiter. Ich will nicht, dass du dich abholst. Dann fahre ich mit dem... Aber mit der Bahn dauert das echt eine Stunde oder länger. Nein, Quatsch, Schatz. Ich fahre doch sowieso hin. Wohin? In die Stadt? Nein, ich fahre doch zu meinen Eltern. Wir fahre mit zu deinen Eltern. Ja, Schatz. Es gibt Essen. Es gibt alles. Gibt es diese kleinen Kohlröllchen? Alles. Alles, was du möchtest. Ich sage Mama Bescheid. Die macht dir das. Verstehst du? Ich habe ihr gesagt, Mama, das ist doch... Ja, wirklich. Das ist krass. Das ist krass. Ich freue mich auch so sehr darauf. Ist das der Tag, wo ihr euch auch beschenkt? Also wir beschenken uns als Erwachsene nicht. Nee? Ich muss ja für deine Mama ein Geschenk mitbringen, Schatz. Ja, nee. Was mache ich denn da? Die freut sich einfach, dass du da bist. Nee, da brauchst du mir jetzt nicht mit so einem Scherz kommen. Ich wollte Scheiß sagen. Ich habe schnell Scherz rausgemacht, damit es hier jungenfrei ist. Ich werde auf jeden Fall ein Geschenk für deine Eltern mitbringen. Wenn ich jetzt für deine ganze Familie was einkaufe, brauche ich vier Koffer. Das geht leider nicht. Nee, das geht nicht. Was schenke ich denn deinen Eltern zum Beirahmen? Letztes Mal habe ich denen so Köstlichkeiten aus Düsseldorf mitgebracht. Das reicht. Die freuen sich. Nee, das will ich nicht. Ich lasse mir was einfallen. Das wollte ich gerade sagen. Dann lass uns auch mal. Alkohol und Schwein ist raus. Den Rest, da habe ich, ne? Halal-Schweinsbraten. Halal-Schweinsbraten. Ich dachte, Schweine sind immer nicht halal. Gönnt ihr doch mal einen Schluck Wasser. Das hast du natürlich. Weißt du, was ich gerade trinke? Ist da Wasser drin? Ich habe mir jetzt das Wasser mit ein bisschen Schuss Sirup, damit ich es noch besser trinken kann. Gönnt ihr, mein Schatz. Hast du jetzt ein bisschen RSMA? Keine Ahnung, wie auch immer das heißt. RSM? Ja. MSSA? Was ist denn MSSA? Keine Ahnung. DPD? CDU? H&M. Da gehst du doch den Song. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Fanta 4? Das fing mit ESC an auf jeden Fall. Mehr weiß ich nicht. Fanta 4 war immer eine sehr, sehr coole Band, muss ich sagen. War es die fettes Brot, Schatz? Jetzt fangen wir schon wieder an, Denise. Schatz, war das nicht mit den Abkürzungen CDU oder SPD? Fettes Brot oder Fanta 4? Fanta 4, Schatz. Ihr braucht uns nicht zu schreiben, wir wissen es. L'Oreal. Das ist die Frage auf alles. Hast du schon gepackt, Schatz? Ja. Wenn die Podcast-Folge jetzt hören, sitze ich ja schon auf dem Maledives. Da bist du schon eine Woche da. Da bist du schon fertig mit dem Maledives. Ich habe alles gesehen. Keine Hause. Ich hoffe sehr, dass ich da nicht so einen Sonnenbrand kriege. Hallo, wir legen uns nicht mehr in die Sonne. Es ist 2024, das war es mit Sonne. Macht man nicht mehr. Vielleicht halte ich mich dran. Du hast einen Kinderschatz und ein Kleinkind. Das stimmt, man legt sich nicht in die Sonne. Nur wenn der Kleine mal schläft für eine Stunde, dann kann ich das machen. Und dann rufen die Kassen an und heulen. So wie letztes Mal. Da haben wir uns einen Podcast von Henrik angehört, der zu dem Tag, glaube ich, online kam. Und wir hatten beide Kinder am Schlafen und haben gesagt, komm, jetzt legen wir uns die Sonne. Dann haben wir uns so im Kreis hingesetzt, unterm Sonnenschirm, haben den Podcast angewacht und haben alle geheult. Alle mitten in dieser Pool-Landschaft. Alle Leute haben uns angehört und gesagt, Gott, die haben bestimmt ganz schlechte Neuigkeiten gekriegt. Und wir so, nein, er lebt. Ja, wirklich. Wir haben echt alle geweint. Auf das Leben, ey. Auf das Leben. Da haben wir dann mit einem ... Mit einer Cola. Mit einer Cola angestoßen. Ja. Ich glaube ja wirklich, wenn man auf die Malediven fliegt, so stelle ich es mir vor. Es ist einfach so wunderschön. Ich stelle mir vor, das ist so paradiesisch. Das ist so eine Bounty-Werbung. Ich werde auch nicht mit einem Pflüger gebracht. Ich werde anders gebracht. Wie wirst du gebracht? Ich sitze in so einem langen Holzboot. Hinten ist einer, der so macht. Ich glaube, das ist eher Hawaii, Schatz. Nein. Da macht man das. Der hat auch nur eine Badehose an und ist oben ohne. Und er hat so schöne Tattoos. Aber so Maori nennt man die, glaube ich. Schatz, du bist gerade in Neuseeland gelandet. Ich weiß nicht. Warum? Das ist mein Traum. Da hast du gar nichts zu melden. Also er paddelt so. Und ich sitze vorne. Achtung. Weißes Chiffon-Kleid. Transparent. Da drunter ein weißer Bikini mit so Muscheln hier oben. Und ich habe so eine Blumending im Haar. Ich habe sehr langes Haar. Ja. Ich bin ein ganz definierter Körper. Auf die Malediven zu. Dann komme ich da an und denke nur so, wow, wow, wow. Und nach zehn Minuten denke ich mir so, ja, ich habe jetzt alles gesehen. Ja. Ich bin jetzt einmal um die Insel gelaufen. So stelle ich mir das vor. Sagen wir es mal so. Es ist ein Ort, wo man wirklich auch runterkommen darf. Oder fast schon muss. Man wird gezwungen, weil nichts da ist und was einen hochbringt. Es ist ja nichts da, außer Restaurants und viel, viel türkisenes Wasser. Dieses Wasser ist nicht erklärbar. Man denkt sich wirklich, das ist doch nicht von dieser Welt. Und der Sand ist so weiß, versteht man halt auch nicht. Kriegt man so Netzhautablösungen, ne? Brauchen wir nicht schon wieder, Schatz. Stimmt. Vielleicht ist das von dem letzten Mal in der Eifesurlaub noch ein Schaden. Meinst du 2021? Ne, 2022. Das ist nicht so lange her, wollte ich gerade sagen. Das stimmt. Das wollte ich gerade sagen. Ich stelle es mir halt wunder, 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 wunderschön vor und schnell langweilig. Das mag auch sein, dass es überhaupt nicht so ist. Und vielleicht werde ich irgendwann in meinem Leben wahrscheinlich nicht. Aber falls ich irgendwann hinkomme, werde ich dir sagen, wie es war. Man hat ja immer so ein Bild im Kopf. Und mein Bild ist so, ich habe jetzt alles gesehen. Ja, man kann sich tatsächlich, also so habe ich es mir, ne, ich habe es mir nie so vorgestellt. Dominik hat sich so ein bisschen so vorgestellt. Weil der ist auch so, der braucht immer so ein bisschen, ja, Entertainment ist übertrieben. Aber der guckt sich halt gerne Sachen an. Und ich dachte so, Gott, der wird total Langeweile haben, hat er null gehabt. Irgendwann kennt man jeden Rochen, der vorbeischwimmt. Ja, genau. Man rüßt sich. Der hat aber auch gefühlt 24 Stunden einfach nur ins klare Wasser geguckt, weil er so begeistert war. Ich habe ihn nur gesehen, wie er die ganze Zeit da so stand. Mal gucken, ob es diesmal auch so ist. Mal gucken. Sicher. Ich denke ja. Schatz, ich habe eine Fragerunde gestellt. Eine kurze, knackige. Ich weiß, du bist der größte Fan von Fragerunden. I know, I know. Give it to me, Baby. Pass auf. Wir sind sehr dankbare Menschen, will ich davor sagen. Das bist du, das bin ich. Wir sind immer dankbar für alles, was wir bekommen. Aber nichtsdestotrotz, euer schlimmstes Geschenk aller Zeiten. Ich kenne deins. Das darf ich bestimmt nicht sagen. Ich kann ja... Oh Gott, ich weiß es selber gerade nicht. Also Randa hat mal eine wertvolle Tasche geschenkt bekommen von ihrem Mann. In einer Special Edition. Aber da gab es sogar noch ein schlimmeres Geschenk, Schatz. Schlimmer als eine weiße Tasche mit rotem Armut draufgeschickt, der so einen Pfeil zieht und der so in so einen Herz rein platzt. Tatsache. Ich fand die schön. Also ich fand die, Randa hat mir die damals gezeigt. Ich so, hm. Weil ich liebe Dominik sehr und ich liebe Randa sehr. Und ich so, oh, die ist schön. Und sie so, gefällt dir nicht, ne? Doch. Die ist wunderschön. Deine Reaktion hat mir alles gesagt. Ja, und sie so, die ist schon speziell, ne? Du hast mich immer wieder gefragt. Ich versuch's immer wieder zu, hab sie versucht, schön zu reden. Und dann hat sie selber so zu mir gesagt, ich weiß, was du denkst. Ich denk das auch. Aber das ist eine Special Edition und die ist auch im Wert steigend. Und die ist wunderschön. Ich sag, ja, die ist wunderschön. Ja. Die war echt cool. Aber du liebst sie. Ich weiß das, weil das ein Geschenk von Dominik ist. Ja, total. Die steht hier auch und ich, die steht hier gerade. Ich seh sie mir gerade an und denk mir, ja, kann man stehen lassen. Ich weiß, was mein schlimmstes Geschenk war. Erzähl. Ich muss kurz überlegen, ob ich auch von Henrik ein schlimmstes Geschenk hatte. Also, ich hatte mal eine Bekanntschaft. Das war jetzt nicht Henrik. Und kennst du das? Boah, das ist so ungünstig, ne? Wenn du eine Bekanntschaft hast, weil ihr habt euch halt frisch kennengelernt, ihr datet euch ein bisschen. Und da ist dann Valentinstag. Aber eigentlich seid ihr ja gar nicht so weit, dass ihr euch irgendwas zum Valentinter schenken wollt. Oder Geburtstag. Ist ja schon egal, ne? Irgendwas, wo man dem anderen halt eigentlich was schenkt. Aber eigentlich sind wir gar nicht so connected, dass man das machen müsste. Ich hab dann auf jeden Fall ein Armband bekommen. Denkst du, ja gut, ein Armband. Kennst du diese Armbänder, wo so, das ist so wie Aluminium, wo man was rausschneiden kann. So Symbole, wo die so an dem Armband liegen. Ja, 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 ja. Das war also wie so Aluminium, was so lauter Herzen hingen da. Das war ein Armband. Dann hingen da diese ganzen Aluminiumherzen, die auch so ein bisschen scharfkantig waren. Wollte ich gerade sagen, jetzt ist sich fast dran geschnitten. Das war ganz laut. Damit er auch immer hört, wann du kommst. Und in jedem einzelnen Herz war ein Stein. In Blau, Rot, Gelb und Grün abwechselnd. Hübsch. Und wenn du so, warte, sagst du. Und Schatz, das war mir so unangenehm dann zu sagen. Also ich bin ein super höflicher Mensch. Du weißt, ich kann das nicht. Bei Hände könnte ich jetzt schon sagen so, hä? Aber ich habe das dann angenommen, wenn du das hörst. Wow. Schatz, allein die Geräusche, die das gemacht haben. Ja, das glaube ich dir. Die Scharfkantigkeit. Aber der Mensch, der mir das geschenkt hat, der hat sich halt auch total gefreut. Also habe ich mich natürlich mitgefreut. Ja. Also aus uns ist auch nie was geworden, ne? Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Nee. Ich weiß gar nicht. Nee, das war vorher schon klar. Also wir haben uns so ein bisschen getroffen. Wir hatten auch echt Spaß, wenn wir uns unterhalten haben oder mal was essen gegangen sind. Aber das konnte man eigentlich merken, meiner Meinung nach, dass da nichts raus wird. Aber trotzdem ist dieses Datum damals so gefallen, dass ich was geschenkt bekommen habe. Dieses Armband. Das habe ich so, das war in so einer blauen Samtschatulle. Oh. Ja, ja, ja. Das habe ich auch ganz lange aufbewahrt, weil es halt, ich bin halt, ich kann das nicht wegtun dann, ne? Ja, ich verstehe dich. Mein Herr sagt ja dann auch, komm, da hat sich jemand Mühe gegeben, der wollte dir was schenken. Aber das war nicht schön. Ja, okay. Aber Henrik hat mir auch irgendwann mal was geschenkt, wo ich so dachte, what, was war das denn? Soll ich dir noch meinen Korro-Geschenk erzählen? Ja, bitte. Haben wir doch. Nein, dein Geschenk wissen wir schon. Nein, es gibt doch was Schlimmeres. Pass auf. Ich war mit Dominik auch recht frisch zusammen. Wir sind im Februar zusammengekommen und im Juli habe ich Geburtstag. Also wir waren fünf Monate zusammen. Und eigentlich sollte man in der Zeit aber schon so ein bisschen wissen, was der andere mag oder nicht mag. Und ich bin dann, Dominik hat im Club gearbeitet damals, 40 Seconds, vielleicht kennt es der ein oder andere noch, war da Barchef. Und dann habe ich ihm, genau, der konnte an dem Tag leider nicht freinehmen, habe ich gesagt, du, gar kein Problem, Schatz. Dann komme ich einfach mit meinen Mädels einfach dorthin und feiern wir dort. Ja, dann hat er sich total viel Mühe gegeben und hatte dann eine Schwarzwälder Kirschtorte mit Alkohol drin. Warte, das ist okay, weißt du, das war symbolisch. Da dachte ich so, ach süß, ja gut, können die sich dann teilen, ist gar kein Problem. Ich habe die Kerzen ausgeblasen. Und dann hat er mir so ein kleines Paket gegeben und da drin war ein Pixie-Buch, in einer Pixie-Buchgröße, in Farbe Hardcover, aber trotzdem Pixie-Buchgröße mit Blumensorten. Blumensorten. Wie? Ja, da stand dann Sonnenblume. Wie, Erklärung für Blumen? Ja, eine Sonnenblume, da stand da Sonnenblume. Dann stand da Rose. Für Kinder? Ja, guck mal, der kommt hier gerade rein. Für Kinder oder für Erwachsene? Nein, nicht für Kinder, für Erwachsene. Es gibt Erwachsene-Pixie-Bücher über Blumen. Es gibt für Erwachsene. Was sagst du? Da waren auf jeden Fall Sprüche dabei. Ach, da waren Sprüche dabei, sagt er gerade. Das reißt aus. Lass mich raten, die Kerzen waren das Einzige, was du an dem Abend ausgepuselt hast? Ja. Ja, die Geschenke sind besser geworden über die Jahre. Da kannst du reingucken. Ja, das war mein Geschenk. Jetzt kann ich nicht mehr frei reden, jetzt werde ich beobachtet. Nein. So. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass Dominik sonst sehr, sehr passende Geschenke macht. Das möchte ich kurz dazu sagen. Sehr toller. In 18 Jahren sind da ganz tolle Geschenke bei Zug. Sie hat jetzt die ganze Sammlung der Pixie-Bücher. Komplett. Ich habe jetzt die... Genau, richtig. Aber nichtsdestotrotz... Haben wir das Buch noch? Ich habe es tatsächlich auch noch. Ich habe es auch nie weggetan. Ich habe es oben in so einer Kiste, in so einer Erinnerungskiste. Hast du Erinnerungskisten? Hm? Hast du so Erinnerungskisten? Hm? Achso. Ja. Nein, habe ich wirklich nicht. Hast du nicht? Nein. Schatz. Ich habe schon noch keine zwölf. Oh mein Gott, weißt du, wie viele Erinnerungskisten ich habe? Hast du eine von unspalten? Da sind auch wieder von uns drin. Natürlicher. Ich bin in deiner Erinnerungskiste? Erzähl keinen Scheiß. Da sind unsere Bilder zum Beispiel drin, die wir so in diesen Automaten gemacht haben und so. Das ist ein bisschen traurig. Ich möchte auch das so Erinnerungskisten. Ich habe einen eigenen Randfellerordner in meinem Feed. Hast du? Stimmt, hast du. Für die ganze Öffentlichkeit zugänglich. Wo ist denn die Kiste? Wo ist denn das Highlight von deiner Kiste, wo du zeigst, was für Erinnerungen von uns beiden da drin sind? Wo ist es denn? So. Zeige ich dir. Ja. Pass auf. Möchtest du noch eine Frage? Oder ist dir noch das andere Geschenk eingefallen? Nee, ich kriege mich jetzt erst weiter auf und dann möchte ich das machen. Ich kann nicht, was war das für ein Geschenk, was du mir immer geschenkt hast, wo ich echt wütend war. Er tut so, als wenn davon nichts ist. Erzähl weiter. Frag mich. Was war euer lustigstes gemeinsames Erlebnis? Eins? Von uns beiden? Ja, das Lustigste. Boah. Boah, das sind einfach alle. Alle sind lustig. Ich kann auch. Ich könnte jetzt kein Konkretes sagen. Also, eins der Highlights war auf jeden Fall, als wir zusammen in Ägypten waren, wo wir täglich das Sportstudio besucht haben. Wir haben Sport gemacht. Ihr wisst ja, wir sind halt sportlich aktiv und auch das im Urlaub. Sportmäuse. Ja, und ich finde, wir waren, wir haben sehr gelacht. Oh mein Gott, wir haben so gelacht. Wir haben teilweise wirklich gedacht, wir kriegen Bauchmuskeln in diesem Urlaub, aber nur vom Lachen. Und das ganze Hotel dachte wahrscheinlich, wir sind nicht mehr ganz, ja gut, das denken aber einige, wenn sie uns halt gemeinsam erleben. Ja, das stimmt. Aber was, was hatten wir denn noch? Ich weiß, was Lustigste. Ich weiß nicht, ob ich das, doch ich darf das erzählen. Komm, erzähl. Okay, aber das, also, ihr wisst ja, dass ich mir zweimal die Nase habe, obwohl ich das habe, die ist ja schief und ich kriege ja wirklich auch so schlecht Luft, das ist unfassbar. Das kann auch der Arzt bestätigen, der uns untersucht hat, wo es so lustig war. Ich habe dann zu Rainer gesagt, ich würde gerne nochmal wirklich in der Arzt-Nusellab aufrufen, äh aufrufen, aufsuchen, natürlich einen anderen Arzt. Ihr habt mir alle gesagt, Denise, geh bitte nie wieder zu deinem Arzt, obwohl ich ihn sehr liebe, muss ich sagen. Aber er kriegt es einfach nicht hin. Also, er hat sie mir einmal richtig operiert und dann beim zweiten Mal war es nur so eine Korrektur. Mir ging es auch super am nächsten Tag. Ich weiß jetzt schon, was kommt, deshalb muss ich so. Und dann hat Rainer gesagt, nee, wenn ich da bin, begleite ich dich. Und dann musste, wir haben irgendwie gelesen, irgendwelche Prospekte und sind danach zu dem Arzt reingerufen worden. Und er sagt zu Rainer, weil er dachte, dass wir beide eine Beratung hätten. Ja gut, wenn er mich auch mitberät, dann sage ich mal nichts. Also hat sie sich auch beraten lassen zu ihrer Nase. Weil ich muss ja tatsächlich auch nochmal ran. Aber warte, dann guckt er uns beide an und sagt, ich sehe schon ein Problem. Und ich gucke ran an und ich so, okay, der sieht schon ein Problem. Und gucke ran an und sagt, sie haben sehr, was hat er? Ich habe eine Dickhautnase. Sie haben eine Dickhautnase und sie haben Shortnose. Der hat uns einfach beschimpft in ein paar Sekunden. Einfach gedistert. Oh wirklich, er guckt ran an und sagt nur, sehr Dickhautnase und sie ist Shortnose. Ich sage, was habe ich, eine Shortnose? Das war mir bis zu dem Tag nicht bewusst. Und dann hat er einfach sein Handy rausgeholt, hat Fotos von uns gemacht. Er hat die auf den Laptop projiziert. Und wir wissen bis heute nicht, ob das wirklich unsere Nase war oder ob der die bearbeitet hat, weil der hat gleichzeitig noch ein Backgammon-Spiel offen gehabt, wo er gespielt hat. Wie heißt das denn? Nicht Backgammon, sondern... Nee, der hat doch dieses... Poker. Ja, Poker hat er gespielt. Und dann hat er uns... Der dreht den Bildschirm. Erstmal war das Poker-Ding zu sehen und wir sagten so, was ist hier los? Es hätte was Schlimmeres sein können, erzähl dir nicht, was der Taxifahrer hatte. Naja, und auf jeden Fall, dreh dir das um und mich von der Seite und dich, glaube ich, von vorn. Und Randa sah ganz komisch aus und ich auch. Und wir wissen bis heute nicht, sehen wir wirklich so aus oder hat das bearbeitet. Wer hat dann immer so rumgeklickt und ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Es war mir so unangenehm. Und die Randa hat versucht, ernst zu bleiben. Und du hast gemerkt, er wurde wütend. Also er war schon sauer in dem Moment. Er hat uns danach auch untersucht und war da, glaube ich, sauer auf uns war. Und zwar hat er uns ein bisschen grob untersucht. Und wir mussten uns auf so einen Stuhl setzen. Und er hat uns was... Nee, warte. Da hat der Randa etwas bis ins Gehirn geschoben. Ja, wirklich bis ins Gehirn hat er es mir geschoben. So ein Stab, ich schwöre. Und ich sollte immer rumkommen und reingucken. Und weil ich so Angst vor ihm hatte, weil wir ja schon so gelacht hatten, habe ich ihm gesagt, ja, ja. Und dann hat er mich immer angeguckt und gesagt, sie gucken falsch, sie gucken falsch. Hier rein. Und ich so, okay. Sehen Sie, sehen Sie? Du hast mir bis ins Gehirn geschaut, Schatz. Ich weiß das heute nicht, weil ich da gucken sollte. Ja. Und dann war ich auf dem Stuhl. Bei mir hat er nicht so weit reinguckt, weil Otto, die Nase ist von innen so krumm und schief, dass er gar nicht reinkam bei mir auf dem Allnasenloch. Er meinte, komm nicht um die Ecke, komm nicht um die Ecke. Also, der war super nett, aber der war halt sauer, weil wir so gelacht haben. Aber wir sind uns so unsicher gewesen wegen Dickhaut, Nase und Short Nose. Nose. Und seitdem nennen wir uns ab und an auch mal so. Ja, aber das haben wir gelacht. Oh Gott, ich konnte nicht mehr aufhören, die lachen. Und kennt ihr das nicht wie in der Schule, wenn du dann einmal lachst? Das war wie bei dem Podcast, man kann nicht mehr aufhören. Und es hat mir so leid. Ich habe mich richtig geschämt, habe ich dir auch gesagt. Es tut mir so leid, habe ich gesagt. Das war wirklich einer unserer lustigsten Erlebnisse. Ich spoiler mal vorweg, wir haben uns gegen eine Nase-OP entschieden. Wir sind wieder Hause gefahren. Und unsere Männer hatten uns dann auch verboten, da jemals wieder hinzugehen. Genau, gab es so ein paar Gründe. Also alleine, dass der, ich weiß nicht, ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas geschädigt in meinem Hirn. Wirklich. Einfach rein. Und hat gesagt, kommen Sie mal gucken, kommen Sie mal gucken, hat er immer zu mir gesagt. Kann ein bisschen unangenehm sein, sagt er. Ja, und ich habe überall reingeguckt, aber ich habe nichts gesehen. Und dann hat er mir immer gesagt, ich gucke in das falsche Loch. Da waren ja so viele Teile oben drauf. Ich habe immer Ja gesagt, damit es aufhört, weil du ja da gesagt hast, du hast so geguckt. Und ich wollte einfach nur, dass du rauskommst aus der Situation. Das war schon bitter. Und danach sollte ich mich ja auf den Stuhl setzen. Aber wie gesagt, bei mir ging es ja gar nicht rein, deswegen. So, das war mein lustiges Erlebnis. Also ich habe, ich könnte hunderte aufzählen. Ich erkenne unsere Tasting-Stories. Was? Die Tasting-Stories. Wenn wir uns irgendwelche Sachen gekauft haben, um die einfach zu probieren, da geht auch gar nichts mehr dann. Wieso? Ist, glaube ich, sogar bei den Highlights drin. Wieso? Es ist so witzig. Und was ich auch sehr witzig fand am Geburtstag von dem Kleinen, da haben wir einfach eine eigene Show gehabt. Das ging dann einfach auch so. Manchmal frage ich mich wirklich. Was mit uns nicht stimmt? Was mit uns nicht stimmt und warum uns auch keinen Sender entdeckt hat. Das ist nicht fair, ne? Das ist nicht fair. Weder laufen wir auf irgendeinem Laufsteg, noch haben wir unsere eigene Comedy-Show. Warum werden wir eigentlich nicht zu so Fashion Week in New York eingeladen? Warum eigentlich nicht? Ich sehe uns. Ich sehe uns da auch. In der ersten Reihe. Ja, direkt neben Posch Spice. Ja, mindestens. Und hier der Vogue-Chefin. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Die Vogue-Chefin würde, wenn die uns kennenlernen würde, würde die sogar mal lachen. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Ja. Wie heißt sie nochmal? Nicht schon. Nee, vergiss es. Wir überlegen gar nicht erst. Die Vogue-Chefin. Wir nennen sie so. Wir sind so schlecht, was das angeht. Ich aktualisiere nochmal. Ja, frag mich mal. Oder dich. Oder uns. Gibt es etwas, was eure Freundschaft schaben würde oder sie zerstören könnte? Ja. Klar. Immer. Ja, aber ich denke, dass wir uns gegenseitig sowas nicht antun würden. Aber was wäre das? Natürlich gibt's, nein, ich glaube auch nicht, dass wir uns das antun würden. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Aber ob es das gibt, selbstverständlich. Klar. Wenn ich dir nicht mehr vertrauen könnte. Also wir beide reden ja privat wirklich über alles. Und wenn ich alles sage, meine ich wirklich alles. Ich glaube, es gibt nichts, was ich mir nicht traue, bei dir anzusprechen. Die Jo. Muss ich nochmal kurz überlegen? Nee, ich glaube wirklich nicht. Nee, wir reden wirklich über alles. Ja. Ich glaube, es geht mit dir noch offener als mit Henrik teilweise. Weil es ja da noch so ein bisschen in so eine Frauengeschichte geht. Ja, ja, genau. Wo ich mir denke, er soll ja auch ein Bild von mir haben, was vielleicht jetzt nicht gerade ein Pickel am Arsch hat, so gefühlt. Und ich glaube, wenn ich dir nicht mehr vertrauen könnte, wenn ich merken würde, du erzählst es weiter, ich meine nicht auf Instagram, ich bin nicht verrückt, sondern anderen Freundinnen sagen, ja, ja, weiß ich oder so. Ich glaube, ein Vertrauensmissbrauch, dann wäre unsere Freundschaft einfach nicht mehr so, wie sie jetzt wäre. Ja. Die du, glaube ich, auch. Ja. Ich würde nie auf die Idee kommen. Ach, da gibt es aber einiges, also. Ja. Ey, du würdest mit Dominik durchbrennen, zum Beispiel. Ja, ich hätte was mit deinem Mann, genau. Das würde unsere Freundschaft wahrscheinlich auch beenden. Du würdest eins meiner Kinder schlagen, würde meine Freundin oder unsere Freundschaft wahrscheinlich auch beenden. Also, da gibt es viele. Das ist doch ganz normal. Ja, das stimmt. Allerdings. Also, ja, es gibt Dinge, aber nein. Das würde nicht passieren. Hoffe ich. Wo seht ihr euch in zehn Jahren? Piers? Wo? Ihr seid total toll. Voll süß. Ja, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Also, wahrscheinlich, wie seht ihr euch in zehn Jahren? Genau, wo? Ich sehe mich weiter in Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorfer geboren. Also, ich liebe diese Stadt und das ist auch meine Heimat. Und wie? Gesund. Und zusammen. Das ist die Hauptsache, ne? Gesund und zusammen. Du? Ähm... Ja, auch nur gesund. Zusammen. Wäre sehr, sehr schön, natürlich. Und, ja, einfach glücklich. Glücklich, zufrieden. Ich habe glücklich auch nur nicht aufgezählt, weil gesund und zusammen mich automatisch glücklich macht. Hm. Und ich möchte gerne in zehn Jahren viel von der Welt gesehen haben. Das ist wirklich so. Ich denke mir so... Dann macht die Maledivenreise jetzt wenig Sinn. Da warst du nämlich schon. Ja. Nein. Ja, war schon da. Aber ich glaube, da kann man sich nicht genug... Ist es eine andere Insel? Ist es eine andere Insel? Tatsächlich, ja. Aber es ist halt... Ich sage immer, kennst du eine, kennst du alle. Ah, okay. Die kleine Malediven-Expertin. Bitte, du musst mir Videos schicken wieder. Natürlich. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, hast du wahrscheinlich schon 500 Videos. War ich auch da, gefühlt. Warst du auch mit da. Sicher. Nächste Frage, bitte. Wenn ihr irgendwas nur noch ein einziges Mal machen dürftet, was wäre es? Das ist eine Frage. Ich weiß es. Ich auch. Wer sagt du? Ich würde ein einziges Mal noch mit meiner Familie ganz eng zusammen sein. Zusammen sein. Den ganzen Tag kuscheln und reden, quatschen, zusammen essen, Spaß haben. Das wäre meins. Ich würde meinen... Dazu zählt ihr natürlich auch. Ja. Ich würde meinen Kindern und meinem Mann sagen, wie sehr ich sie liebe. Das ist das Wichtigste für mich. Ja, oder? Wir ticken da sehr ähnlich. Lass es mal jemandem sagen, wie sehr man ihn liebt. Was muss ich heute? Oh nein. Weißt du, wie ich... Oh, Schatz. Nächste Frage. Nächste Frage. Wie würdet ihr euren Erziehungsstil beschreiben? Uh. Das ist so eine Frage, die werden wir, seitdem wir auf Instagram sind, glaube ich, immer gefragt. Und ich verstehe die Frage an sich gar nicht so richtig. Ich sage mit ganz viel Liebe, ganz viel Liebe, nicht perfekt, inkonsequent, ich bin super inkonsequent. Also ich bin eher so die Mama, die sagt, wenn du das nochmal machst, dann passiert das und das. Und meine Kinder wissen, da kommt gar nichts, weil ich sie zu sehr liebe und sofort wieder einknicke. Ich bin die Mama, die mal laut wird, aber danach sofort wieder runterfährt und sagt, aber eigentlich liebe ich dich. Komm, ich drücke dich, aber du darfst jetzt nicht mehr. Tablet die nächsten drei Wochen. Und dann tröste ich sie und dann ist es wieder vergessen. 30 Minuten später haben sie Tablet gemacht. Ich fahre ganz schnell hoch und gehe ganz schnell wieder steil runter. Ich würde meine Erziehung ähnlich beschreiben. Also ich erziehe mit ganz viel Liebe und vor allen Dingen bedürfnisorientiert, würde ich sagen. Ich passe mich einfach dem Ganzen an. Es gibt mal schwierigere Phasen, es gibt wieder tolle Phasen. Man passt sich dem Kind einfach auch an. Und ich würde nie sagen, meine Erziehung ist XYZ, sondern einfach jedem Kind angepasst. Aber ist nicht bedürfnisorientiert was anderes? Ich würde sagen, deine Erziehung ist nicht als bedürfnisorientiert. Obwohl wir wahrscheinlich sehen, dass die Menschen die bedürfnisorientiert jetzt anders, aber für dich ist es bedürfnisorientiert. Ja genau, dass ich dann einfach so, mich auf jedes Kind ist natürlich auch anders. Ich glaube, ich bin auch zu jedem Kind dementsprechend. Ich google das, sag mal, erzähl weiter. Mach mal. Vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Also nicht, dass ich sie jeden anders behandle, sondern die eine ist lauter als die andere. Und ja, das ist einfach nur mit Liebe, Geduld. Ich glaube, ich bin sehr geduldig. Soll ich sie mal vorlesen? Ja. Bedürfnisorientierte Erziehung geht davon aus, dass hinter jedem unerwünschten Verhalten ein unerfülltes Bedürfnis steckt oder ein Gefühl, mit dem das Kind nicht umzugehen weiß. Wird das Kind dafür bestraft oder kritisiert, wird nur das Verhalten bewertet. Das Kind lernt zwar, welche Verhaltensweisen erwünscht sind, aber nicht mit seinen Gefühlen umzugehen. Das passt jetzt nicht mehr rein. Das machst du doch nicht, oder? Nee, nicht so in der Art. Du kritisierst doch auch mal was, oder? Na klar. Das glaube ich. Ich hatte mich mal mit einer Follower unterhalten und die erzieht nämlich, wir dürfen uns orientieren. Das ist wirklich ein richtiger Begriff, eine Erziehungsweise. Und für uns ist das eher was anderes. Ja, genau. Ja. Manchmal fragt man sich auch, geht es dir auch so, du hast ja jetzt fünf, ich habe drei. Und wie können Kinder so unterschiedlich sein, wenn sie in einem Haushalt groß werden mit denselben Eltern? Fragst du dich das auch manchmal? Natürlich. Wie verrückt das einfach ist? Und ich bin auch manchmal überrascht, dass ich das schon so gut einschätzen konnte, als sie sehr klein waren, wie es mal werden wird und dass ich wirklich recht hatte damit. Ach wirklich? Und auch zu Henrik immer sage, kannst du dich erinnern, das habe ich dir schon gesagt, seit er, sie, es zwei Jahre alt ist. Habe ich dir gesagt, so wird das mal. Ein anderes Kaliber. Das war wirklich so. Bei mir haben sie mal bei der Großen, die war recht laut und sehr rebellisch, sage ich jetzt mal, so in den ersten Jahren. Und dann haben die immer zu mir gesagt, ach ja, wenn die mal groß ist, wenn sie pubertierend ist, dann wird es ruhiger. Ich sage mal so, stimmt nicht ganz, aber sie ist genau perfekt, so wie sie ist. Aber diese, diese Sprüche immer von außen, wie dann Kinder, ja, wenn andere Menschen dein Kind sozusagen von außen bewerten, finde ich auch immer sehr angesamt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Denn, um dir dann zu sagen, dein Kind ist so und so und so und so. Das passiert mir eigentlich nie. Bei mir leider ja, ist mir viel passiert in meiner Erziehung. Aber das ist halt wahrscheinlich auch eine Typfrage. Du warst wahrscheinlich so selbstbewusst und so hast es schon als Mutter so ausgestrahlt. Ich war wahrscheinlich am Anfang eher so eine unsichere Mutter. Ich habe wirklich viel mich belesen, geguckt, meine Schwiegermama gefragt. Und wenn ich frage, dann kriege ich natürlich auch eine Antwort. Ich habe immer instinktiv gehandelt, nichts gelesen, habe auch viel falsch gemacht, so im Nachhinein. Jetzt nichts schwerwiegendes falsch, so muss ich einfach im Nachhinein sagen, oh, das hast du damals echt anders gemacht, ne? Also man lernt ja auch mit jedem Kind was dazu. Hier wird ja keiner geboren. Man hat zwar diesen, wie nennt man das, diesen Mutterinstinkt, diesen tiefen Instinkt, der in dir drin sitzt, so muss es ungefähr laufen. Aber es gibt so Sachen, wo ich jetzt denke, beim ersten Kind habe ich das deutlich anders gemacht, ne? Also da habe ich, weiß ich nicht, irgendwann die Prämilch gewechselt auf eine Einser, Zweier, Dreier würde ich heute nie wieder, oder habe ich beim zweiten Kind nicht mehr gemacht. Da wusste ich, Prä wird bis zum Schluss durchgegeben. So war es halt. Also einfach so Sachen, die man dann halt auch gelernt hat, ne? Oder bei Tyler habe ich ihr kleine Sneaker gekauft, als sie ein Baby war. Da hat sie eine Jeanshuse angehabt mit drei Munden und kleine Nike-Schuhe. Beim zweiten und dritten und vierten und fünften Kind wusste ich, das erste Jahr ist barfuß, ne? Ja, klar. Das lernt man halt auch einfach, ne? Das macht dich weder zu einer guten noch zu einer schlechten Mutter, sondern das sind einfach Lernprozesse. Voll. Ja, auf Instagram, ich habe gestern ein Beispiel gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen in meiner Story, als ich meinte, ich habe wirklich einige Nachrichten bekommen, warum ich zu dem Kleinen gesagt habe oder der Kleine gesagt hat, wow, wow. Oh, zu einem Hund. Ja, ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Es ist der Hund. Das ist der Hund, genau. Warum sagst du denn nicht Hund? Ich sage, das sage ich doch. Auch in der Story sage ich es sogar, aber das wollen sie dann nicht hören. Es gibt manchmal, wie haben wir sie immer schon genannt, die Insta-Polizei. Die Mama-Insta-Polizei. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott sei Dank, also da sind wir zum Glück nicht so belastet von, aber wenn man mal andere so beobachtet, was die da teilweise einstecken müssen, wo ich dann denke, lass doch jeden machen. Aber derjenige, der dir schreibt, das ist nicht wow, oder so ein Hund, der meint das nicht mal böse in dem Moment. Das meine ich ja. Also ich muss dazu sagen, wie Randa schon sagte gerade, wir haben eine echt nette Community. Ja. Ich habe um eine Blumenvase am Tisch, da sind so Löcher drin, da kann man so Blumen reinstecken. Ja. Und unter dieser Blumenvase ist so ein blödes Etikett. Das habe ich nicht abgemacht. Aber das machst du ungern. Ja, ich mache nicht gerne Etiketten ab. Aber wie viele Leute mir schreiben, es triggert mich so hart, Denise, es triggert mich so schlimm, dieses Etikett. Und ich habe letzte Woche, glaube ich, zu einer geschrieben, Schatz, wenn das das ist, was sich so triggert, wenn das das ist, wo du dir den ganzen Tag Gedanken machst, dann hast du keine Probleme. Dann geht es dir gut. Ist doch super. Das ist super. Und sie hat auch mit mir gelacht. Also wir haben beide gelacht. Sie hat auch gesagt, hast du recht. Wenn das mein Problem ist, dann habe ich keine Probleme. Und wir haben beide gelacht. Also man muss manchmal auch dann einfach in die Konversation mit einsteigen und dann kommt er am Ende raus, war alles nicht böse gemeint. Ist halt so. Du kennst doch den Spruch, wenn ihr sowas teilt, müsst ihr damit rechnen, dass ihr eine Antwort kriegt. Das stimmt allerdings. Ich weiß es nicht. Ja, Thema Mütter und Instagram und Kinder und so, das ist ein riesen Ding und muss man auch erstmal reinwachsen. Du, ich sehe auch ganz viel auf Instagram von anderen Müttern, wo ich mir denke, würde ich nicht so machen. Würde ich jetzt nicht so machen. Ja, klar. Aber dann bin ich einfach ruhig. Wenn es der Mama gut geht und dem Kind gut geht, dann ist das für mich fein. Dann kann ich ganz andere Meinungen haben. Für mich genauso. Wenn es dem beiden damit gut geht, dann ist das für mich fein. Und dann werde ich dazu keine Meinung haben. Es sei denn, sie würde mich fragen. Wie würdest du das denn machen? Dann würde ich vielleicht sagen, ich würde es anders machen. Aber es geht mich erstmal gar nichts an und ich muss es auch nicht laut mitteilen. Meine Meinung. Es sei denn, ich merke, einer von beiden leidet. Dann würde ich eventuell versuchen zu helfen. Sonst nicht. Könnte ich das noch so doof finden. Ja, eben. Hast du noch eine Frage? Noch eine Frage? Ja, gerne. Auch noch zwei. Komm. Also, noch eine Frage. Habt ihr schon mal bereut, eine bestimmte Kampagne gemacht zu haben? Ich überlege gerade. Habe ich schon mal bereut, eine bestimmte Kampagne gemacht zu haben? Ich weiß bei dir eine, die du bereut hast. Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir die Marken nennen dürfen. Aber da war einfach. Warum weiß ich es bei dir und bei mir gerade nicht? Soll ich mal loslegen? Erklär du mal deine. Und du überlegst mal, bei mir war es eine Kampagne, die ich, also sagen wir es mal so, wir wählen immer sehr, sehr bewusst aus, davon müsst ihr oder könnt ihr ausgehen. Nichtsdestotrotz macht man mal Dinge, wo man sich vielleicht dann nicht sofort über alles erkundigt hat. Es ging um eine Saftmarke, mehr sage ich jetzt nicht zu der Marke. Auf jeden Fall hatten die, also ich habe die total gerne getrunken, dementsprechend fand ich das super authentisch. Es hat super zu uns gepasst. Also dachte ich, machen wir diese Kampagne. Ich habe mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Und als ich dann diese Kampagne gedreht hatte und online gestellt hatte, prasselten wirklich tausende Nachrichten auf mich zu. Ich habe, ich glaube, ich habe vier, fünftausend Follower verloren. Das war richtig heftig, also sehr auffällig. Du warst halt auch schuld am Ende an der Kampagne, obwohl du ja gar nicht die Kampagne ins Leben guckst. Das fand ich halt schlimm. Ja, und ich habe dann im Nachhinein einfach, man ist immer im Nachhinein schlauer, ich habe einfach dann recherchiert und geguckt und diese Marke ist sehr provokant mit ihren Werbeaussagen. Wirklich sehr provokant, so dass man, hätte ich das gewusst und hätte ich mich da so schlau gemacht darüber, das ist auch mittlerweile, glaube ich, vier Jahre her oder so, hätte ich das nicht so gemacht. Definitiv nicht. Das ist eine Kampagne, die ich definitiv bereut habe und das Feedback habe ich auch der Marke gegeben und der Firma und ich habe mich da wirklich sehr geärgert drüber. Genau. Fällt dir was ein? Ja, ich hatte mal eine Haarpflege vor ein paar Jahren, das war auch so eine Halbmarke, die habe ich beworben. Ich teste ja alles vorher. Ich habe mir auch gedacht, gut, du hast es oft genug getestet, du hast sie ein paar Mal benutzt, das ist alles super und dann habe ich aber, nachdem ich das schon beworben habe, das weiß ich noch, irgendwann so trockene Kopfhaut auch bekommen, so schuppige Kopfhaut. Ich habe dann auch die Kooperation abgebrochen und dann haben sie es mir natürlich alle geschrieben, dass sie das auch bekommen haben, sehr trockene Kopfhaut und ich habe dann auch damals gesagt, ich kann das nicht bewerben. Also ich sage immer, bei Sachen wie Shampoo, Kosmetik, Parfum, es hat ja einen Grund, warum es nicht ein Shampoo in der Drogerie gibt, sondern 500 Shampoos, weil nicht jeder das Gleiche verträgt. Das ist ganz normal. Magic Finish, du weißt, nur mal als Beispiel, ich liebe, ich habe es heute drauf, ich habe es heute Morgen in der Story sogar drauf gemacht. Super, gestern schrieb mir eine, das funktioniert bei mir nicht. Ich sehe da einfach nicht gut mit aus. Dann sage ich, klar, deswegen gibt es natürlich auch viele Sachen. Das funktioniert nicht bei jedem und so war es auch mit dem Shampoo bloß, als ich dann gemerkt habe, dass diese Nachrichten immer mehr wurden, dass alle diese trockene Kopfhaut haben, da habe ich dann gedacht, wieso ist das nicht früher passiert? Aber es war bei allen so. Das ist erst nach einer gewissen Zeit gekommen. Da war wahrscheinlich irgendwas drin, was zu aggressiv für die Kopfhaut war und das konnte ich zum Beispiel auch nicht mehr bewerben, weil ich will ja nicht, dass jemand danach totale Probleme hat und da wie so ein Schupp. Ich hatte eine richtige Kruste hinten nachher vom Katzen, weil das so trocken geworden war. Das ist aber auch mittlerweile, das ist lange her, sechs Jahre oder so, super lange. Das war ganz zu Beginn, das weiß ich noch. Aber es haben viele Leute weiter beworben. Also, vielleicht hat es bei denen super funktioniert, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber das sind schon Sachen. Und ich habe Gott sei Dank schon viele Sachen abgebrochen, bevor ich sie beworben habe, durch die Testerei. Kannst du dich an diese Bürste erinnern? Ich habe meine Rundbürste zugeschickt bekommen, elektronisch. und mir wurde alles versprochen. Ich habe gesagt, gut, probiere ich aus. Ich habe die nicht mehr aus meinen Haaren rausgekriegt. Du, glaube ich, auch nicht. Ich auch nicht mehr. Mir sind die Haare sogar abgebrochen vor Hitze. Kennt ihr diese Rundbürsten, wo diese, ich sage es immer, diese feinen Borsten so ganz spitz abstehen? Die war so scharfkantig. Das hat so weh getan. Ich habe sie nicht mehr aus den Haaren rausgekriegt. Und das waren dann auch teilweise so Firmen, die dann so wütend wurden, wenn man das nicht bewerbt. Ich habe gesagt, ich bewerbe das nicht. Und ich habe dann auch gesagt, ich schicke die Sachen zurück. Warum? Genau, wir hatten das gleiche Theater, sozusagen. Ich habe das definitiv nicht. Das sind sowieso manche Firmen, wenn ich dann sage, ich möchte es gerne zurückschicken, weil, nochmal, alles, was wir an Material bekommen zum Bewerben, müssen wir besteuern. Also versuche ich auch, wenn ich das dann nicht bewerben möchte, es zurückzuschicken, weil ich stehe nicht in dem Produkt. Ich werde es nicht meinen Followern zeigen. Ich möchte es zurückschicken. Und dann werden die auch noch sauer, wenn du es zurückschicken willst. Warum? Weil ich werde es ja weder bewerben noch benutzen. Also möchte ich das gerne zurückschicken. Nö. Okay. Ja. Ja, da gibt es, also in den Jahren, in denen wir das schon machen, gab es natürlich einige Sachen, die man dann auch ablehnt. Und deswegen testet man sie auch vorher. Also da muss man sich vorher mit auseinandersetzen, sonst bist du am Ende der Gelagte. Aber man hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Also wenn man was bewirbt und die Leute das dann auch nachkaufen, ist es eine gewisse Verantwortung, die man mit sich trägt. Das darf man nicht vergessen. Na, stimmt. So. Letzte Frage. Letzte Frage. Vor was habt ihr Angst? Das ist sehr allgemein. Ich habe Angst davor zu sterben. Ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe, also die größte Angst ist natürlich so zu sterben, dass ich meine Kinder nicht aufwachsen sehe. Das ist das aller, aller, mit Abstand das Allerschlimmste für mich. Zu sterben und mein, Hendrik weiß es, zu sterben und meine Kinder nicht aufwachsen. Zu wissen, also krank zu werden, zu wissen, ich werde sterben, ich werde meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Ich kriege beim Sprechen, zieht sich bei mir alles zusammen. Das ist das aller, aller Schlimmste. Ich möchte sie erstmal, obwohl es nicht besser sein wird, auch für mich ist es das, ich möchte sie erstmal so weit haben, dass sie selber klarkommen, bevor es dazu kommen können müsste, dass mir was passiert. Ich möchte sie erstmal zu selbstständigen Erwachsenen großziehen. Ich möchte nicht, dass sie ohne ihre Mutter aufwachsen, auch nicht ohne ihren Vater. Ihr wisst, was ich erlebt habe. Aber das schlimmste Gefühl ist für mich, ohne meine Kinder aufzuwachsen. Und direkt das Nächste ist generell der Tod. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Tod. Unfassbar Angst. Das ist so weit bei mir, dass wenn ich abends im Bett liege und darüber nachdenke, also dass mein Bett sich anfängt zu drehen und ich Puls kriege, dieser Moment einzuschlafen und zu wissen, das war es, weg. Und es wird uns ja passieren, Schatz. Es wird uns ja passieren. Das eine kann mir ja keiner sagen, aber das andere gehört dazu. Immer. Ich kriege sofort Panik. Macht mir wahnsinnige Angst. Ich weiß, manche Menschen können damit sehr gut. Ihr wisst ja, kein Podcast ohne Tür klingeln. Das schreit sogar schon die Leute. Aber der Tod macht mir wahnsinnige Angst. Ach, das ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Wobei ich ja mir vorstelle, was so nach dem Tod passiert, sozusagen. Das lässt mich so ein bisschen entspannter darüber nachdenken, ist das falsche Wort. Aber bei mir ist da nichts. Das macht mir auch wahnsinnig Angst. In meinem Kopf ist nichts. Bis im Lehrer. Echt. Ich kann gar nicht darüber sprechen. Ich kann auch nicht darüber nachdenken. Ach, so furchtbar. Dann hören wir damit aus. Ich würde mich echt mal, da könnten die gerne mal drüber reden. Ja. Schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf der DFNS-Seite, auf YouTube, wie das bei euch aussieht. Habt ihr davor Angst? Es gibt ja so viele Leute, die mir sagen, nein, das gehört dazu. Ich habe gar keine Angst. Und ich kriege sofort eine richtige Panikattacke gerade. Ja. Bei dir ist natürlich auch viel passiert, auch in der Kindheit und so weiter. Ich glaube, das ist bei mir so ein tief verwurzeltes generelles Problem. Ich glaube, dass der Tod einfach, dass viele Menschen davor Angst haben, weil wir alle nicht wissen, was danach kommt. Letztendlich sind, ah, es ist das erste Mal, dass ich einen Klingel höre. Aber ich hatte übrigens mal ein anderes Thema, wovor ich auch Angst hatte, es aber voll überwunden habe. War ein Spinn. Ich bin ehrlich, also war ja bei mir so schlimm, so, so schlimm, dass ich, ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich hatte gerade die Große, die war zwei, drei Monate alt, also noch ein Frischling. Ich hatte die auf dem Arm und habe dann im Schlafzimmer gesehen, das ist eine wirklich große, so eine Kellerspinne. Kennst du die? Diese richtig ekelhaften. Die saß in meinem Schlafzimmer, ich das Kind auf dem Arm. Ich habe so einen Schreikrampf gekriegt, hochgesprungen. Die machen mich einfach nicht nervös, ne? Ne. Pass auf. Ich also völlig außer mir, völlig eskaliert. Dominik stand daneben und hat gesagt, okay, wir müssen was dran ändern. Das hat ja noch ein paar Jahre gedauert. Und ich habe tatsächlich dann eine Hypnose gehabt gegen Spinnenangst. Und ich schwöre dem auf alles, ich weiß. Aber es funktioniert wirklich. Es hat funktioniert. Ich bin immer noch nicht clear mit denen. Also wenn die vor mir sitzen, würde ich sie jetzt nicht einfach nehmen und irgendwie raussetzen, ne? Du bist mein kleines Spider-Girl. Ja, nicht wirklich. Aber ich renne nicht mehr schreiend weg. Das ist eine krasse, krasse Steigerung. Bis vor kurzem noch weggerannt. Also kommentiert gerne mal hier drunter, was euch am meisten Angst macht. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Und was ist das, wo ihr sagt, davor habe ich am allermeisten Angst auf der Welt? Ja. An dieser Stelle, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Du Schatz, genießt du erstmal weiter deinen Urlaub? Wie lange bleibst du noch? Da fragst du mich was. Ist jetzt Montag. Wann fährst du zurück? Ich glaube, es ist Freitag. Hast du noch vier Tage? Habe ich noch ein paar Tage, ja. Ja, genieß es. Mag ich. Bitte einen alkoholfreien Batida de Coco für mich am Strand, im weißen Kleid, weißer Bikini drunter mit Muscheln dran. Sicher, genau so werde ich es machen, Schatz. Hast du eine Blumenkette im Haar? Ich hoffe. Na, sicher. Hä, na klar. Und dazu ein eisgekühltes Raffaello. Schatz, du bist immer noch woanders. Nein. Das sind minimalen. Wie fühle ich auf Curaçao? Kann sein. Vielleicht auch irgendwie Hawaii oder so. Nein. Okay. Ich weiß nicht. Schatz, das ist Hawaii, das machen die dann. Das machen die auch in Rom, was erzählst du da? Okay. Alles klar. Du meinst Venedig, Schatz. In Rom besieht man selten Schiffe. Ich dachte nicht. Tschö. Warum geht das nicht mehr mit den Herzchen? Weiß nicht. Tschüss mit Us, mein Engel. Tschö. Tschö.